Hallo unsere Spieler auf! Telekom Basketball! Live und On Demand. Jetzt mit NBA und EuroLeague. Stand immer noch acht Punkte und dann gab es die entscheidende Antwort, der Ballgewinn nach dem Rebound und Maurice Ducky mit dem spektakulären Schlusspunkt zu diesem Spiel. Würzburg also mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg.